Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Es gibt mal wieder spannende News rund um Apple zu den nächsten iPhones und natürlich auch was zur beidigen WWDC. Also all das in diesem Video und falls du noch kein Abonnent des Kanals bist, würde es mich ungemein freuen, wenn du einfach hier jetzt kostenlos auf Abonnieren drückst. Dann bleibst du immer auf dem neuesten Stand und jetzt geht es aber los mit dem Video. Starten wir mit dem Thema iPhone und als erstes mit dem Thema iPhone 15, denn hier habe ich noch ein ganz cooles Gerücht gefunden. Und zwar geht es Ganze um das Wireless Charging. Also falls ihr das nutzt, dann werdet ihr euch hier vielleicht darüber freuen, sofern ihr euch das nächste iPhone überhaupt kaufen solltet. Und zwar heißt es, dass die Geräte 15 Watt Wireless Charging unterstützen und zwar auch von allen Anbietern. Egal, ob es jetzt ein Apple MagSafe Charger ist oder jetzt ein Drittanbieter Charger, liegt unter anderem auch an der Qi 2 Technologie, die eben mit 15 Watt das Smartphone aufladen soll. Und das wäre auf jeden Fall ganz spannend, finde ich, denn aktuell ist es ja bei Drittanbietern so, dass die nur maximal 7,5 Watt Wireless Charging hier beim iPhone supporten. Also das wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn es dann auch so kommen würde und ja, ich hoffe mal. Groß viel zum iPhone 15 gab es aber in den letzten Tagen nicht. Dafür nochmal so ein bisschen mehr zum iPhone 16. Ja, ich weiß, es ist noch ein bisschen hin, aber hier erfahrt ihr natürlich immer an erster Stelle die neuen Leaks zu Apple Produkten. Deswegen jetzt auch schon so ein bisschen was zum iPhone 16, auch wenn es natürlich erst 2024 auf den Markt kommt. Letzte Woche haben wir schon mal darüber gesprochen, dass die nächsten iPhones doch nochmal so ein bisschen größer werden. Und zwar sollen die dann von 6,1 auf 6,3 bzw. von 6,7 Zoll auf 6,9 Zoll anwachsen. Und 6,9 Zoll ist auf jeden Fall schon ein ganz schöner Klopper. Und jetzt gibt es hierzu auch nochmal CRD-Zeichnungen, auch mit den genauen Abmessungen der Geräte. Und hierbei ist ersichtlich, dass das 6,9 Zoll Modell nur so ein bisschen in die Länge wachsen wird, aber nicht in die Breite. Finde ich auf jeden Fall ganz spannend, denn ich denke mal, wenn es noch breiter wäre, könnte man es jetzt noch schwieriger in der Hand halten. Ich finde das jetzt gerade, so wie es hier ist beim 6,7 Zoll Modell, noch eigentlich okay. Ich kenne auch viele Leute, die sagen, das ist doch viel zu groß und viel zu schwer, aber das 6,9 Zoll Modell wird dann ja nochmal größer und nochmal schwerer. Das sollte man auf jeden Fall bedenken. Aber ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall nicht davon abgeneigt. Ich denke, ich würde mich dann auch für das 6,9 Zoll Modell entscheiden, aber ist ja noch ein bisschen hin. Trotzdem hier schon mal ein kleiner Eindruck, wieso die großen Verhältnisse zwischen dem aktuellen, beziehungsweise kommenden iPhone 15 Pro Max und dem iPhone 16 Pro Max oder iPhone 16 Ultra, wie es auch mal heißen wird, aussehen würden. Ja, so müsste, glaube ich, der Satz sein. Trotzdem ist es natürlich noch viel früh, da kann auch sehr, sehr viel passieren, auch zu dieser Meldung. Ich bin ja auch so ein bisschen skeptisch. Es heißt nämlich, dass das iPhone 16, das normale Windows Pro, wieder ein vertikales Kamera-Layout bekommen soll, wie beim iPhone 12. Aktuell ist es ja ein diagonales Kamera-Layout, aber ich denke, da wird noch viel passieren, als ja noch ein bisschen hin bis zum Release, wie gesagt. Übrigens, falls ihr noch auf der Suche seid nach hochwertigem Zubehör für eure Apple-Produkte, wie zum Beispiel Armbänder für die Apple Watch, dann schaut doch auf jeden Fall mal bei Bandwerk vorbei, da gibt es eine große Variation an verschiedensten Armbändern für die Apple Watch, aus extrem hochwertigen Materialien und Handarbeit und das Gute ist, die passenden Adapter und die Schließe könnt ihr dann auch bei der Bestellung auswählen, sodass natürlich auch alles passend zu eurer Apple Watch ist. Also schaut doch auf jeden Fall mal vorbei, es gibt auch viele weitere Produkte, wie iPhone-Cases, AirTag-Zubehör und so weiter. Es lohnt sich auf jeden Fall mal, den Link in der Videobeschreibung abzuchecken. Weiter geht es dann mit dem Thema WWDC und Software und die WWDC ist ja nicht mehr lange hin, etwas über eine Woche ist es noch. Am 5.6. um 19 Uhr findet dann die Keynote statt, bei der wir unter anderem iOS 17, iPadOS 17, WatchOS, TVOS, das Headset und noch vieles mehr sehen werden. Ich freue mich persönlich schon sehr drauf. Jetzt gibt es aber noch ein paar weitere Infos zu iOS 17. Zum einen habe ich ein extrem cooles Konzept gefunden, das möchte ich euch an dieser Stelle hier einfach einmal zeigen. Das komplette Video findet ihr unten in der Videobeschreibung, aber ich finde das wirklich richtig gut gemacht und es greift auch einige Features auf, die in Gerüchten behandelt wurden, wie zum Beispiel mehr Funktionen auf dem Logscreen wie Schriftarten, aber auch neue Widgets und auch belegbare Buttons, was denke ich mal ganz praktisch ist. Aber auch von Lyrics, die auf dem Logscreen ersichtlich sind, wurde auch schon berichtet. Beim neuen Icon Design bin ich noch so ein bisschen skeptisch, aber hier sieht man auch nochmal das überarbeitete Kontrollzentrum. Auch das war ja schon in den Gerüchten zu hören. Dann gab es in den letzten Tagen aber noch einige neue Leaks zum kommenden iOS 17 und die kommen von Mark Gurman, der ja eigentlich super informiert ist und dies trifft eigentlich meistens zu, was er dann mitteilt. Und er hat noch so ein paar ganz spannende Features gesagt. So heißt es unter anderem, wenn das iPhone nicht benutzt wird und auf einem MagSafe Charger ist und in der waagerechten Position, dass man dann so eine Art Smart Home Display angezeigt bekommt, bei dem jetzt weitere Informationen wie Kalendertermine, Wetterdaten, Benachrichtigungen und mehr enthalten sind und man soll darüber auch Smart Home Geräte steuern. Klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend, finde ich. So möchte Apple einfach noch, wenn das iPhone nicht benutzt wird, dass man es dann weiter benutzt. Dann haben wir auch schon mal über die Journaling App gesprochen, die einfach Daten des Users aufzeichnet und analysiert, wie der typische Tag aussieht und dabei Aktivitäten, die Stimmung oder auch den Ort aufzeichnet. Also das soll ja eine neue App sein, die dann in iOS 17 integriert ist. Da hat er jetzt einfach noch ein paar weitere Informationen dazu genannt. Also es wird auf jeden Fall spannend rund um iOS 17 und ja, bald ist es ja auch schon so weit. Was auch bald wahrscheinlich so weit ist und zwar das Mixed Reality. Auch das wird wahrscheinlich auf der WWDC gezeigt bzw. angeteasert und ich denke, man geht auch hier nochmal auf die Software ein. Jetzt gab es hier noch ein paar weitere Infos dazu und zwar wie es preislich aussieht bzw. wie es um die Herstellungskosten steht. Und hier heißt es, dass die so bei um die 1500 Dollar liegen. Die teuersten Komponenten sind die Micro OLED Displays mit so gut 300 Dollar, dann die 14 Kameramodule und natürlich auch die beiden Haupt-CPUs. Nicht zu vergessen die Entwicklungskosten von über eine Milliarde Dollar pro Jahr. Also das ganze Headset kostet auf jeden Fall schon mal einiges, auch in der Herstellung und natürlich Entwicklung. Man geht davon aus, dass es dann so um die 3000 Dollar kosten wird. Ist also eine Stange Geld. Da bin ich auf jeden Fall mal auf die Verkaufszahlen gespannt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Überlegt ihr euch so ein Headset zu holen? Wartet ihr erstmal ab? Oder ja, wie ist generell eure Stimmung zu dem Mixed Reality Headset? Ich muss sagen, vom Thema an sich finde ich das super spannend. Ich mag einfach VR und AR sehr, sehr gerne. Und wenn das kombiniert ist und dann, ich denke mal, dass es schon ziemlich gut funktionieren würde, wenn es von Apple kommt. Also mal schauen, was uns da so erwartet. Dann gab es noch eine News bezüglich der Apple Watch 9 und zwar bezüglich des Prozessors. Denn in den letzten Apple Watch Modellen war der technisch ja immer identisch und wurde halt immer nur anders benannt. Aber von der Performance hat sich da eigentlich gar nicht viel geändert. Und hier heißt es nun, dass bei der Apple Watch Series 9 ein neuer Prozessor mit mehr Performance verbaut werden soll. Damit natürlich auch die ganzen Apps schneller starten. Ich muss sagen, ich nutze relativ wenig Apps auf der Apple Watch hauptsächlich. Am meisten nutze ich die Trainings-App. Aber ja, mal gucken. Trotzdem, mehr Performance ist ja hier eigentlich nicht verkehrt, denke ich mal. Und damit sind wir nun auch schon wieder am Ende des Videos ankommen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. ? ? ? ? ? ? ? ? ?